also hätte ich wirklich kein millimeter tiefer bauen dürfen das hätte ich nicht gedacht war schon gut ich dachte eben nein 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 weg war ich so schwarzer bildschirm was hier so ich stelle die kisten einfach mal hierhin dann glaube ich mir schon mal die ärzte schickt ich schon mal auf verarbeitung habe ich hier meine flaschen direkt nochmal auffüllen dann baue ich nämlich bei gelegenheit direkt oben weiter da habe ich es runter gemacht machen was da diagonal ist wurscht oder ich baue oben noch mal um kann ich aber jetzt mal ausmessen wie viel habe ich denn genommen gehabt also 1 2 3 4 5 haben wir nur innen 1 2 3 4 5 der sechste wäre hoch 7 8 der neunte außen ja das passt das wäre da innen außen also außenring 9 passt schon aber dann bin ich da breiter gegangen und habe dann 2 1 2 gemacht das kann ich ja oben noch anpassen vorausgesetzt das passt hier einigermaßen mit dem hier und drinnen habe ich dann nur diagonal 2 ach es langt auch wenn wir diagonal gehen ja es wird schon gehen die anderen kisten hast du oben gelassen die anderen das sind ja die marble kisten und die fackeln kann ich ja oben lassen ja ja ich habe die steinkisten oben gelassen die baumaterial gut dann so was brauchen wir denn jetzt noch für oben das sieht der oxygen kompressor hier anders aus als oben weil der hier mit strom läuft ne genau ne tut er doch oben auch ja dann der vorderen rückseite ah ok der vorderen rückseite deswegen sieht er anders aus was brauchen wir oben denn noch außer baumaterial vorerst erstmal nur baumaterial oder und kabel weil ich kann hier schon mal kabel fertig stellen und so ein kram und kommen dann hinterher ja du kannst auf alle fälle auch hier diese dinger hier bauen diese oxygen wie heißen die dinger noch pips ja pips auch ne dieser sealer dieser oxygen sealer kannst du bauen wie viel bauen wir davon brauchen wir schon ein paar ne ich weiß ja na achtzig nicht ich weiß jetzt nicht wie viel volumen die schaffen von daher das müssen wir so ausprobieren aber ich schätze mal für den kern der station brauchen wir wahrscheinlich drei und für jedes modul was wahrscheinlich zwei gehe ich mal von aus ok und somit das erste modul muss natürlich sauerstoff modul werden weil ansonsten haben wir nicht genug sauerstoff für die sealer und wir müssen die luftschleusen bauen brauchen wahrscheinlich auch einen größeren sauerstoffraum ich denke mal der ist ein bisschen klein oder meinst du was den wir oben haben der wir oben haben ist klein ja klar das erste große modul was wir bauen müssen muss sauerstoff werden genau und wir brauchen solarpanel 3 müssen wir noch haben ja ich guck da mache ich ein paar und von diesen von diesen blöcken die kiste nimmst du mal mit ja da sind die liefst unserem kram drin ja okay gut erst mal schlafen gehen bevor ihr so ein creeper kommt und die kisten wegfliegen ja genau weg du dich mal hin das langt ja ich brauche auf jeden fall diese sieben aus der beinpilze elevators wahrscheinlich auch ne jetzt haben wir keine tint decoration blöcke hier ne die habe ich jetzt alle oben gelassen ja hier haben wir einen okay die kann ich zu bei der kiste die ich dir gerade zugeworfen habe könnten auch noch welche drin sein zur not kann ich dir oben kraften haben wir oben ein crafting table ne ne nein dann nehmen wir noch einen mit beziehungsweise bauen wir uns einen schnell nimmst du production table oder ähm weil sonst hast du einen in deinem rucksack äh stimmt ja production table wäre vielleicht am sinnvollsten ja ja meister oh käffchen klong klong käffchen ist immer gut eben ähm production table ich würde vielleicht auch schon ein paar draws mitnehmen wo ähm erst mal ein bisschen flanken mal ich darf nicht wieder gucken wie man draus macht ich glaube mit kisten und slaps die halben ähm kisten acht dann müssen wir slaps machen glaube ich ähm ähm so 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 dann waren das vier kisten der Rest müsste slaps sein nein war es nicht vielleicht drehen jawohl hier so habe ich acht draws das sollte lang um ein bisschen kleinkram reinschmeißen zu können die werden natürlich wegfliegen haha macht die draws wenn ich da was rausholen ähm außer ist er achso da müssen wir schauen das ähm production table wie baut man den nochmal production table das war das war cobblestone und holz und dieses blank pattern war clean stone und äh planks da und planks eins zwei ich mach mal drei weil ich nicht weiß ob ich noch Module machen muss äh dann planks nochmal ne hier ist blöd da und kabel stone so haben wir ein production table dann brauche ich natürlich ein crafting table oder zwei drei vier dings ähm was nehmen wir denn noch mit ich muss mal hier in die abdrücke ich weiß nicht was extra storage dinger baue ich noch genau st vor allem oder gehe ich mal von aus hast du ja noch einstecken ja habe ich noch ähm extra storage einfach nur eine kiste und das ok dann vielleicht sogar noch chests hier drin und wo na na oh siehlo äh nicht kann ich noch mal da mehr hm 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 so 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 und die dinge so gut schmelzen brauche ich oben ja wahrscheinlich nicht gut dann würde ich sagen gehe ich wieder hoch und baue um ja 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 die kiste habe ich ich will nur eben gucken dann soll ich von hier schon was mitnehmen in dem modul hier kommen dann nehmen wir schon was mit tin 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 was wir haben haben war das hier das da zumindest ist eine seite schon mal ne das ist das ist die basic wafer oh jetzt gehen diamanten drauf ja wir haben ja genug glaube ich hoffe ich naja au zur not gehen wir nochmal in den gürtel ja hier von denen kann ich auch esteroid rock kann ich noch was mitnehmen der sieht doch ganz schick aus eigentlich esteroid rock ja stimmt den haben wir ja auch noch mhm damit kann ich den fußboden in den modulen haben ja basic wafer da haben wir doch eins zwei drei ja redstone torches sexy zehn acht sechs stecks langt erst mal so und steckst kontrollieren ob die aufnahme noch läuft ja tue ziel dann sehr groß, ja. So, und los geht's. Ja, stimmt. Auf die Erde können wir uns den Sprit sparen. Einfach Rakete einpacken und runterspringen. Genau. Ist ja auch cool, ne? Ja, Vorteile. Definitiv. Ich sparte auf der Lüchelischspritze. Dann können wir schon mal Stahl kompressen. So, da sind wir im Orbit. Und zwar Mosi und Launch. Da sind wir wieder. Zack. Da kommt die Rakete. So, packen wir hier erstmal die schwarzen Lücke rein. Dann packen wir hier mal das erstmal rein. Ach, hier habe ich ja noch eine Kiste. Da war was dran. Ah, okay, das. So, Production Table. Den bauen wir uns hier irgendwo. Irgendwo erstmal hin. Upgrades. Zack. 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 So, schon haben wir uns zwei Crafting Tables. Da klatsche ich jetzt erstmal. Mal. So. So, erstmal hin. Gut. Dann. Mabel. In die Hand. Dann bauen wir erstmal unten weiter. Ich hoffe, das war richtig Landen. Sonst sind wir wieder unten bei dir. Ja. Ohne Rakete. Zack. So. So, ich hatte gesagt, wir bleiben jetzt beim Diagonalen. Ja, hast du gesagt. Gut. Dann machen wir das auch so. So. Ähm. Hm. Das waren dann eins, zwei, drei, vier, fünf und Diagonalen. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Eins, zwei. Eins, zwei. Drei. Vier. Fünf. Wieso geht hier jetzt gerade die Sonne unter? Geht doch eigentlich gar nicht. Doch unter der Erde. Hier auf der Erde auch. Das passt. Pass mal auf. Ich schlafe jetzt. Gucken wir mal, ob es hell wird bei dir. Na, das wär's. Wach. Tatsächlich. Geil. Okay. Hm. Schön. Mhm. Hat doch was. Ja. Ja. No. Okay, no. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kein Mabel mehr, doch. 4, 5. So, hier unten lassen wir natürlich ein schönes Guckfenster, dass wir uns immer schön die Erde angucken können, wenn wir da oben rum wuseln. Hm, das muss auch sein. Na klar. Und falls machen wir da noch einen Ausstieg zurück zur Erde. Einfach noch rein und rein springen. Bam. 1, 2, 1 noch. Oh, 1, 2, 3. Oh, ich muss hoch. Mal ein Mabel holen. Haben wir eigentlich ein Bilderswund? Habe ich ein Bilderswund? Weiß ich nicht. Haben wir sowas überhaupt? Du fragst mich so an. Ja. Ja. Ich guck mal. So, ich habe jetzt 8 Stück von den Silon. Ja. Das dürfte für den Anfang lang. Nein, Bilderswund haben wir gar nicht. Schade. Aber ich glaube, wir haben kein Unstable-Inget, deswegen. Ähm. Mabel. Habe ich gesagt, Mabel dürfte auf alle Fälle lang. Hm. Das hast du. Ja. Wahrscheinlich nicht, hä? Na, es könnte eng werden. Ja, zur Not. Fliege ich nochmal woanders hin und organisiere die. Habe ja jetzt schon 3 oder 4 Stacks verbraucht. Okay. Ich habe gerade mal jetzt gleich die Plattform fertig unten. Ja, wie gesagt, wenn nicht, fliege ich nochmal irgendwo hin. Ach ja. Haben wir hier noch Mabel? Auf der Erde haben wir bestimmt genug Mabel. Ja, soll ich hier nochmal mitbringen. Ich meine so generell. So Minern und so. Ob jetzt was im System ist, weiß ich nicht. Ja, da haben wir noch fast 2,5 Stacks. Echt? Ja. Dann packe ich die mal ein. So. Jetzt ist der Boden natürlich platt, aber das ist ja egal. Wir können ja eh nicht drunter fliegen, um zu nachgucken, wie es aussieht. Ich weiß gar nicht, habe ich schon Glas mit? Ich weiß gar nicht, habe ich schon Glas mit? Untertitelung des ZDF, 2020